Gottes Gericht läuft in drei Phasen ab. Wie sehen diese drei Phasen aus? Damit wollen wir uns heute näher beschäftigen. Die drei Phasen des Gerichts. Die erste Phase, das Untersuchungsgericht vor Jesu Wiederkunft. Das Untersuchungsgericht begann 1844. In Daniel 8, Vers 14 hatten wir in einem vorigen Clip gesehen, wo es heißt, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgene vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Wir hatten gesehen, dass diese 2300 Jahre begonnen haben, 457 vor Christus und bis 1844 gedauert haben. Das heißt, 1844 beginnt Gottes Gericht im Himmel. Zweitens, es beginnt im Hause Gottes. 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Das Gericht beginnt zuerst bei den Gläubigen. In dem Gericht vor der Wiederkunft wird statt, was stattfindet, wird untersucht. In diesem Gericht vor der Wiederkunft werden also nur die Gläubigen und die sogenannten Gläubigen gerichtet und untersucht. 3. Jesus Christus ist unser Richter und Fürsprecher. 4. Hebräer 7, Vers 25. 5. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. In diesem Gericht, was vor der Wiederkunft stattfindet, ist Jesus Christus derjenige, der für uns, für die Gläubigen eintritt, uns freispricht und uns das ewige Leben zusichert. Für die Gottlosen, für die Mitläufer, die nur an Gott geglaubt haben, nur das Bekannt haben, an Gott zu glauben, aber nicht wirklich das in ihrem Leben gezeigt haben, wird Jesus nicht eintreten und sie werden nicht gerettet. Dieses Gericht wird vor Jesu Wiederkunft abgeschlossen. In Offenbarung 22, Vers 11 steht, Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, sei weiterhin heilig. Wenn im Himmel das Gericht beendet ist, dann wird dieser Spruch getan, dass die Gläubigen gläubig bleiben und die Gottlosen gottlos bleiben. Keiner kann mehr wechseln, weil das Gericht fertig ist und beschlossen hat, wer dabei ist und wer nicht. Und dann kommt Jesus wieder, um seinen Lohn mitzubringen. Offenbarung 22, Vers 12. Wenn also das Gericht vor der Wiederkunft beendet ist, dann steht fest, wer ist dabei und wer nicht. Und Jesus kommt, um dann den Gläubigen ihren Lohn zu geben, das ewige Leben. Sie geben Jesus in den Himmel und werden dort in der Ewigkeit mit ihm leben und die Ungläubigen bleiben zurück. Das war die erste Phase des Gerichtes Gottes. Es beginnt 1844. Es hat bereits begonnen 1844 und dauert bis kurz vor Jesu Wiederkunft. Und dann kommt Jesus wieder, um sein Volk mitzunehmen. Die zweite Phase des Gerichts ist während der tausend Jahre. Die Gläubigen sind mit Jesu Wiederkunft mit ihm in den Himmel gefahren und sind jetzt dort und die Ungläubigen sind alle gestorben. In Offenbarung 20, Vers 4 lesen wir, Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um das Zeugnis von Jesus und um das Wort des Gottes Willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihrer Hand. Und diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Hier haben wir also jetzt die Beschreibung, wie die Gläubigen auferstanden sind oder auch die lebenden Gläubigen noch lebend mit Christus in den Himmel gegangen sind und jetzt im Himmel mit Christus regieren und mit Christus Gericht halten. Das ist also das Gericht in den tausend Jahren, während der tausend Jahre. Die Erlösten halten also das Gericht gemeinsam mit Christus. Uns, Paulus sagt auch, dass die Gläubigen die Welt richten werden. In 1. Korinther 6, Vers 2 und 3 sagt er, Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr denn nicht genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wenn Paulus davon spricht, dass die Gläubigen die Welt richten werden, dann meint er dieses Gericht während der tausend Jahre. Wenn wir im Himmel sind bei Christus und dann werden wir die Fälle der Menschen, all der Menschen, die nicht gerettet werden, untersuchen. Wir werden sehen, welche Dinge, welche Sünden sie getan haben und warum sie nicht dabei sind. Wo Gott in ihrem Leben versucht hat, sie zu erreichen, dass sie Jesus und sein Evangelium annehmen und wo sie Nein gesagt haben. Die zweite Phase zeigt also, dass im Himmel die Gläubigen ein Gericht halten werden über die Ungläubigen. Denn Gott wird niemals Menschen einfach in den feurigen Fuhl werfen, ohne dass festgestellt worden ist in einem ordentlichen Gericht, warum sie nicht dabei sind. Drittens, die dritte Phase des Gerichts nach den tausend Jahren. Nach den tausend Jahren wird das Urteil gesprochen. In der Offenbarung 20, Vers 12 heißt es, Das heißt, in den tausend Jahren wurde bereits festgestellt, was die Menschen getan haben, nach den Büchern, nach den Werken, die in den Büchern geschrieben stehen, wurden sie gerichtet. Nach den tausend Jahren stehen alle Ungläubigen wieder auf und jetzt wird Gott ihnen zeigen, warum sie nicht dabei sind. Er wird ihnen das vor Augen halten. Und dann heißt es, dass selbst die Ungläubigen Gottes Gerechtigkeit anerkennen werden. Offenbarung 15, Vers 4 steht, Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das heißt, Gott wird vor allen Völkern seine Gerichte offenbaren, aufzeigen. Das heißt, dass die Menschen selbst erkennen, warum sie nicht dabei sind. Und wenn die Menschen selbst anerkennen müssen, Gott ist gerecht und ich bin selber schuld, dass ich nicht dabei bin, dann wird endgültig Gottes Gerechtigkeit nicht mehr in Frage gestellt werden können. Es könnten hier Menschen am Ende sagen, Ja, Herr, du beschuldest, dass ich nicht gerettet werde. Nein, hier werden alle erkennen, dass jeder Mensch die Chance hatte zur Erlösung, aber sie diese Chance ausgeschlagen haben. Und dann bekommen die Ungläubigen das, was sie verdient haben. Sünde und Sünde werden auf ewig vernichtet. Offenbarung 20, Vers 9, Vers 13-15 Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Herrlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Und das Meer gab die Toten heraus, und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Fuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, er wurde geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist ganz am Ende, wenn alle Menschen, die nicht gerettet werden, in den feurigen Fuhl geworfen werden. Und der feurige Fuhl ist nicht ein ewig brennendes Feuer, sondern es ist der zweite Tod, der Sündentod. Sie brennen in den feurigen Fuhl eine Zeit lang, aber dann werden sie irgendwann für ewig tot sein. Hier sehen wir noch eine Übersicht von den drei Phasen des Gerichtes. Die erste Phase, das Gericht vor Jesu Wiederkunft, dass hier gezeigt wird, dass die Gläubigen gerichtet werden. Dass Gott im Himmel das Gericht hält, und Jesus für uns eintritt. Die zweite Phase, dass die Gläubigen mit Christus das Gericht halten, im Himmel, über die Ungläubigen, die in der Zeit tot sind. Und die dritte Phase ist, dass Gott den Ungläubigen ihre Verfehlungen zeigt, dass er das Urteil über sie ausspricht, und dass sie selbst anerkennen müssen, dass Gott gerecht ist, und dass am Ende die Gläubigen das ewige Leben auf einer neuen Erde haben dürfen, und die Gottlosen im feurigen Fuhl ihr Ende finden, den ewigen Tod. So schafft Gott Gerechtigkeit. So geht Gott mit dem Problem der Sünde um, dass die Sünde ausgerottet wird und nie wieder aufkommen wird. Und damit wir, Gläubigen mit Gott, in der Ewigkeit leben dürfen, ohne Sünde, in Harmonie und Eintracht mit Gott und untereinander. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.